Arbeitsmaterialien der Schulbuchverlage werden häufig als PDF-Dokumenten-Mappen ausgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, sehr viele Seiten sind innerhalb eines Dokumentes versteckt. Nun wollt ihr in Moodle aber nur eine einzelne Seite zur Verfügung stellen. Dafür könnt ihr entweder einen PDF-Drucker benutzen oder ihr zerlegt gleich das ganze PDF-Dokument in Einzelseiten. Dafür gibt es ein praktisches Programm, das sich PDF-SAM nennt und zumindest für Windows-Rechner zur Verfügung steht. Der Link ist im Kurs eingebunden worden. Ich möchte nun also dieses Dokument teilen, wähle also die Funktion Teilen, klicke auf den Menüpunkt und kann nun hier angeben, dass nach jeder Seite getrennt werden soll. Ich wähle zunächst mein PDF-Dokument aus, öffne das Ganze. Ich kontrolliere nochmal hier die Ausgabe-Einstellung. Es soll also in den gleichen Ordner extrahiert werden. Und ich kann jetzt hier noch den Dateinamen eingeben. Ich möchte das Ganze also jetzt nennen. Klett-Arbeitsblätter. Okay, nun starte ich den Extrationsprozess. Das Verzeichnis ist nicht leer, aber es darf überschrieben werden. Okay, fertiggestellt und ich sehe mir das mal mit Ordner an. Und ich erkenne jetzt hier, die PDF-Mappe mit den 40 Seiten wurde komplett getrennt. Und die Seiten wurden auch entsprechend der Vorgabe umbenannt bis zur Seite 40. Und nun kann ich problemlos einzelne Seiten in Moodle hochladen.